Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf unsere erste Attraktion. Einen großen Applaus für unsere Clowns! Applaus 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 Na, gib's doch zu. I, du? Na. Was denn zugegeben, dass du auf die Duna wartest? I, du? Na. Du wartest aber an Obse. Nein, nein, ich hab' ihr auch etwas mitgebracht. Na, ja, so. Was, denn für eine Säppise? Hohbut Geschenk 我认 Estate Shop支持 Das istФtycznie Ziss נ號 Ist das aber des Fliesen? The zoo, the zoo, the zoo is Pitos? The zoo, the zoo is Pitos? Ja, aber das heisst doch du für den Tod wohl abwunden. Was denk ich? Das habe ich auf dem Meer gekocht. Die ist noch wenigstig gewesen. Ich wüsste jetzt noch nicht, was sie verkauft haben. Hey, du hättest wieder mal kippisch verdämmt, dann lasst ihr einmal etwas mitlaufen. Dann ist es so ein kleines. Ja, aber es ist schön. Ja, aber es ist schön. Ja, aber es ist schön. Du hättest ja auch gar nicht. Ja, komm schon, sicher. Du musst ja mal schauen. Ich schenke dir Iduna da den schönen, gelben Nasdut. Ja. Was ist denn zum Heulen? Ja, nicht nur. Das kann man auch als couler benutzen. Hast du was benutzen? Ja, das couler, weisst du. Das couler, das ist kein couler, das ist ein schnudderlump. Ein schnudderlumpiges couler. Ein couleriger schnudderlump. Und weisst du, ich mache mir zum Fouler dazu noch einen Knopf. Drü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ein Knopf. Ich habe keinen Knopf von dir. Ich habe keinen Knopf von dir. Ist das blöd? Denk da ins Nasdut hinein. Denk damit sie an mich denkt. Das macht man denken so. Das ist jetzt mein Geschenk mit Madame Miluna. Ich habe keinen Knopf. Ja. Ich habe keinen Knopf. Das ist jetzt mein Geschenk bei Madame Idouna. Ist aber nicht gerade viel. Ja, ist immer noch besser als dieses Pietto. Entschuldigung, das ist kein Pietto, das ist ein Prima-Pietto. Ja, ein Prima-Pietto ist das. Primula minimalis. So, ich dachte schon. Ja, das sag ich auch. Ja, das ist ein Prima-Pietto. Weisst, ich singe ihnen zum Knapp 동, noch ein Truett. Wie sei es schon, Du гор松 έ erlebt? Allern kann ich schon darum sein. Wie ist es schon eine L Together? Ja..? Denk wie dem Knapp zusammen! Ja, damit tapja direkt. Ja, da kannst du meine Ichchenk. Damit merkt man mal. Aber wie lange ein Mal ausprobieren. Sing-Nipst! 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 Das singst du, mal mit uns! Das sägst du! Wie? C'est dich! Voilà, voilà, das hat er im Bauch schon gelernt. Alors, deux, trois. Oh Iduna, über gnädig unser Singen. Vor deinem Fensterbrett wird dir ein Ständlein bringen. Wir hoffen beide, dass wir dich damit erfreuen. Merlut wir, merlut wirt herstrahlen, wir reviven uns. Emsehklit, 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 emsehklit. Oh, d' Воistes! Dein Abbott, der ist die Abolina? Ist das ein Lüeih? Jetzt gehört ja niemand der, der da ist. Und wer ist es jetzt? Gibt es doch niemand? Ja, aber der ist doch schon mal da gewesen. Die Duna? Die Duna? Wo bist du? Die Duna? Ist mein Verzähl nicht da? Was sind das für genietige Hagler? Hast du verstanden, was der gesagt hat? Ich? Du? Na? Die Duna? Wo bist du? Ist das Glöckeli das Geschämstel von Madame Iduna? Ja. Ja? Äh? Ja? Na? Aber es schließt! 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 Un, deux, trois! Oh, Iduna! Högne, die Wunser singen! Vor deinem Fensterbrett wird dir ein Ständlein dringen! Wir hoffen alle, dass wir dich damit befreuen! Denn Blumen! 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 Applaus für die Wunser! Applaus für die Wunser!